Das erste Treffen im Jahr 2012. Das erste Pressegespräch mit Bundestrainer Jogi Löw vor der Europameisterschaft. Die Pressekonferenz. Nicht in einem großen Konferenzraum. Es ist die Lobby des Hilton Hotels am Münchner Tucherpark. Löw sichtlich entspannt. Dabei liegen bereits anderthalb Marketing-Tage hinter dem Bundestrainer und seinen Spielern. Bis Montagabend dauern die Werbedrehs in der Bavaria Filmstadt noch an. Es ist natürlich interessant am Filmset die ganzen Abläufe mal zu sehen, weil sie auch so gewisse Parallelen hat zu einem Team wie einer Fußballmannschaft. Auf der anderen Seite klar, ist für die Spieler auch ungewohnt lange zu sitzen und lange Wartezeiten zu verbringen. Das wichtigste Thema dennoch die Europameisterschaft. In gut vier Monaten ist es soweit. Die EM in Polen und der Ukraine. Die Spannung würde ich sagen, natürlich steigt die jetzt mit jeder Woche, mit jedem Monat mehr. Für die Spieler hingegen spielt die Endrunde noch keine so große Rolle. Die Spieler sind ja mit ihren Gedanken eigentlich schon auch noch in ihrer Aufgabe im Verein, weil da gibt es aktuell im Tagesgeschäft natürlich auch viele, viele Dinge jetzt zu bewältigen. Und mit der Champions League sind die ganze große Aufgabe. Die EM ist für die Spieler eher so ein bisschen im Hinterkopf. Gemeinsam mit Spanien und Holland zählen die Deutschen zu den Top-Favoriten auf den EM-Titel. Dass wir natürlich zum Favoritenkreis zählen, das ist uns schon bewusst. Ich meine, das hätte ja auch was mit dem letzten Jahr zu tun oder sowas. Mit den Spielen, mit den Ergebnissen, klar. Ich glaube, dass wir jetzt damit auch leben. Warum soll man nicht damit leben? Wir haben ja auch große Ziele. Wir wollen ja auch irgendwie jetzt mal, oder wie immer beim Turnier, auch 2010, so weit kommen wie irgend möglich. Das Wort Europameister nimmt Löw beim ersten Gespräch nicht in den Mund. Am 29. Februar gibt es das nächste Treffen der Nationalmannschaft. Dann geht es für das deutsche Team im Bremer Weserstadion gegen Frankreich. Klar geht es darum, nochmal irgendwie zusammen zu sein ein paar Tage, nochmal ein paar Dinge anzusprechen. 30 Minuten dauert das Gespräch mit Jogi Löw. Auch am Ende zeigt sich der Bundestrainer entspannt und zu Scherzen aufgelegt bei der Frage, ob er demnächst Rossi Mourinho bei Real Madrid ablöst. Der Mourinho soll noch durchhalten bis 2014, bis mein Vertrag ausläuft. Nein. Das sind ja Spekulationen. Also ich meine, damit wird man immer wieder mal konfrontiert. Aber ich bin Trainer jetzt erstmal der deutschen Nationalmannschaft. Das ist für mich mit das Schönste und Beste, was es gibt. Da gibt es nicht viel bessere Jobs auf dieser Welt. Traumberuf Bundestrainer. Am 1. Juli findet das Finale der Europameisterschaft statt. Vielleicht wird er dann auch der Traum vom EM-Titel wahr. Untertitelung des ZDF, 2020